Hey, herzlich willkommen bei der IMC. Ich bin Robert. Ich bin Bruno und ich studiere dual Tourismusmanagement an der EU. Ich bin Katharina und ich studiere dual Tourismus an der DHBW in Dörrach. Da wir hier bei der REMC in Hamburg in der Hotelzentrale einer Hotelgesellschaft sind und nicht im Hotel selbst, sind wir hier für die operativen Tätigkeiten im Hintergrund zuständig. Und jetzt fragt ihr euch aber wahrscheinlich, was ist denn die REMC? Und wir sind eine sogenannte White Label in der Hotellerie. Das heißt, dass unsere Hotels nicht REMC Hotels heißen, sondern dass da bekannte Marken hinter stecken. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, die Hotelprojekte maßgeschneidert zu entwickeln, so dass sie perfekt an der Destination, an die Art des Hotels oder an die Zielmärkte passen. Und wie bereits erwähnt, Bruno und ich sind beide an der EU am Campus in Hamburg. Wir beide studieren Tourismusmanagement im wöchentlichen Wechsel. Das heißt, wir sind eine Woche hier bei uns in der REMC und eine Woche sind wir am Campus hier in Hamburg. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man in der geteilten Woche studiert. Das heißt, man ist drei Tage im Betrieb und zwei Tage in der Uni. Bei dem Duan-Studium an der DHBW in Dörrach ist der Wechsel bei mir blockweise. Also ich bin jeweils drei Monate in der Uni und dann wieder drei Monate im Betrieb und das wechselt sich dann jeweils ab. Und was den Inhalt des Studiengangs angeht oder der Studiengänge, da unterscheidet sich das bei uns nicht wirklich. Wir haben viele Fächer, die man generell in den Management-Studiengängen findet, wie zum Beispiel BWL, Marketing. Dieses Semester haben wir zum Beispiel Investition und Finanzierung oder auch Business-Englisch. Und ab dem fünften Semester kann man dann ein Vertiefungsmodul wählen. Da gibt es zur Auswahl Hotellerie. Das haben wir zum Beispiel jetzt gewählt. Dann gibt es aber auch noch Event und Reise und Vertrieb. Ja. Ja. Yeah. Ja. Ja. Na ули ouUD. Trif ding whiskey